Ich will auch. Kommt rein. Alle mal hin setzen. Nein, nicht der Traitor. Der Unterricht beginnt. Das ist ein Befehl. Manu, setz dich auf deinen Befehl. Ich bin der Lehrer. Manu, geh hin oder du wirst erschossen. Oh, da kommt jemand mit dem Explosionsfass. Was ist das? Da kommt jemand mit dem Explosionsfass. Warte, ich schieß den direkt an. Schieß den direkt an, den Bastard. Nein. Oder ich töd dich. Boah. Ja, Taddle, ist es. Ich bin Inno. Ich will dich nicht. Ich will das Manu töten. Wer hat das drauf geschossen? Ja, ich wär für Manu. Das ist nicht. Manu hat sich widersetzt. Taddle war Traitor, war's egal. Hä, widersetzt? Du hast ja gesagt, als ich gerade reingeballert hab. Hä, nein. Doch. Hallo Herr Lehrer. Ich hab's aufgenommen, du Blöder. Ja, ich auch. Okay, alle mal rein. Maudado. Moment mal. Warum soll der Lehrer nicht wegrennen? Maudado ist die Leiche los oder du stirbst. Hä? Weil ich mich jetzt in der Luft... Oh, oh. Nein. Sie bleibt draußen. Achso, dann ist gut. Das ist ja unhygienisch. Okay, außerdem macht's mir Angst. Das Zombie will, dass alle zusammenbleiben. Und wie gesagt hat, er ist überdurchschnittlich Traitor. Liebe Leute. Ja. Werft alle... Werft eure Waffen weg. Wie denn? Auf welchem Knopf? Macht das Zombie nach mit Kuh. Okay. Sehr gut. Okay, also liebe Kinder. Letzte Stunde haben wir über das menschliche... Langweilig. ...menschliche... Zombie ist tot! Zombie ist tot! Sie hat sich mit dem Befehl gekillt. Ich bin's nicht! Das heißt, es muss Holly sein! Es muss Holly sein! Ich glitsche fest! Ich glitsche fest! Ist es? Ist... Nein! Verdammt noch mal! Frisst meine Kugel! Hä? Wer war denn jetzt? Der Oliver, ich war so langweilig. Ja, aber... Ach, Tade war der andere. Achso, ja klar. Wegen dem... Ja, Tade meint sich, lass zu, dass du in einen Klassenraum reingehst mit allen Leuten mit einem Fass? Egal! Ich hab's Sinn! Ja! Ich hatte erst überlegt, das ins Fenster zu werfen, aber es hätt so gut schief gehen können, Mann! Es wär so cool gewesen! Tja! Was lehnen die Kinder? Ich überleb' ihm! Achtung Leute! Leute! Ich bitte eure Aufmerksamkeit! Ja! Ich bin Detektiv! Uh! Und ich bin grad in eurem Klassenraum und ich bin euer Lehrer in den Klassenraum! Mann! Komm mal mit! Dass ich auch Detektiv bin! Was ist das? Wie kommen wir da oben? Ich vertrau dir jetzt einfach mal blind! Hey, Maudado, komm rein! Maudado, komm rein! Manu hat gesagt, ich soll ihm folgen! Ich will... Alter, ich bin Detektiv! Ja, ich will... Manu! Ich möchte kurz noch was erzählen! Deswegen hat ich... Also ich hatte gerade mal ganz kurz nach Yu-Gi-Oh! gefragt! Und das hatte... Mal... Gib mir doch mal... Oh nein! Tadell, geh auf deinen Platz! Das hatte den Grund... Warte, ist das da oben? Wie komm ich denn? Ach... Okay... Boah, ich... Ich will auch auf den Platz! Tadell, bitte! Mach keinen Spaß! Okay! Zombie, warum bist du zu spät? Die Stunde... Die Stunde hat von 5 Minuten lang gefahren! Warte! Ich schieb mir den Stuhl raus, dass ich mich draufsetzen kann! Setzt euch hin! Wird geschossen! Maudado, weißt du schon, worauf ich anspielen will? Ja, ich weiß es! Das sehnt aber nicht so hart daran, ey! Nur, dass unten drunter ein Wasserbecken ist! Jeder, der Junge umgesehen hat, weiß wahrscheinlich, was ich mein! So, komm, wir machen jetzt ein Duell! Ein Duell! Wer verliert, muss in Schattenreich! Ah, ne, ich hab verloren! Ah, ne! Was zur Hölle macht ihr? Richtig cool! Wo seid ihr? Ich will das sehen! Wir sind im Schattenreich! Ja, wir sind schon tot! Seid ihr hier? Seid ihr hier? Hä? Was ist das Schattenreich jetzt gewesen? Wenn man da runterfällt! Mal, es gibt ne Stelle bei Yu-Gi-Oh! Da sind die auf nem Dach und, äh, duellieren sich halt! Zwei versus zwei! Und der, der verliert, fällt in Schattenreich! Also der, dann geht unten das Glas, äh, kaputt und die fallen dann und, während die fallen, fallen sie halt in dieses Reis und sind tot! Ah, Schatten! Ja genau! Oh, hier ist dunkel! Ich hab' den nicht mit dem Schatten! Verschüsse! Ja, ich hab' den ging, aber es geht nicht, geht doch! Hä? Als Trader geht das! Als Trader geht das! Als Trader geht das! Hey! Hey! Darf ich mal den Kopf flicken? Ja! Ja, okay! Ich meinte Zombie! Ach so! Von, na, hä? Voll verwirrend! Hallo Holly! Hi! Hallo Zombie! Oh, das ist ne Toilette! Hey, mein Dado, wie geht's dir? Wie geht's gut? Wie geht's dir? Ja, geht! Liebes Tagebuch! Das ist gruselig, mein Dado! Ich hab' den Schwimmbad geschwimmt! Das ist ganz okay! Das ist echt ne gruselige Angehörige! Hey, hey! Hey! Ich bin an deinem Arschloch! Oh! Darfst du jetzt zusammen duschen gehen? Oh, ja! Oh, ja! Was sind die anderen? Jetzt wird geduscht! Dado, jetzt wird geduscht, mein Freund! Wahrscheinlich ist das ne Trait-Erfahrung gleich auch mit Flamm raus! Stimmt! Oh, nee! Nee! Ich seh's ja nicht! Ich bin ja Inno! Ja, ja, ja! Mhm! Ich seh's ja! Wirklich! Also echt! Also echt! Weil ich bin ja Inno! Das versteht schon! Habt ihr Dario überhaupt schon mal irgendwo gesehen? Ich denke, Dario ist tot! Weil er sagt auch nix! Er hat am Anfang gesagt, dass er Detective ist! Und dann war er tot! Ja, geil! Dario ist große Taten! Aber wer war bei... Maldado war ja bei mir! Also es könnten eigentlich alle bis auf Maldado sein! Und Holly war eigentlich auch relativ immer in der Nähe! Ja! Vielleicht war's auch ihr! Boah, stellt euch mal vor, ihr beide seid so Traitor! Und labert so Schatten-Duell-Scheiße, während ihr so einen tötet! Wir sind im Schattenreich! Wir sind tot! Nee, nee! Ich hab's gesehen! Die haben nicht geschossen! Also er wollte ja, dass wir zu ihm gehen! Aber wir sind extra in andere Richtung gegangen! Moment mal! Dann muss es ja Zombie gewesen sein! Der da! Oder? Taddle! Ich war bei euch! Was ist los? Taddle! Taddle auch Ewigkeiten! Okay! Es ist Zombie! Ein Hoch auf die AK! Die AK kann niemand aufhalten! Das war grad so kack gemacht! Richtig krass! So, mir hat alle alleine getötet, weil ich so scheiße... Taddle! Du hast Delay umgebracht, oder? Mit der Shotgun auf der Entfernung, ey! Dann kann es sein, dass es richtig laggt? Weil ich hab Delay getötet! Der war bei mir einfach schon richtig lange tot! Und ich dachte, er sagt einfach nichts mehr! Und dann kommt nach so einer langen Pause so... Oh nee! Oh! Nee! Also bei mir war's auch so! Bei mir ist Delay umgefallen und danach... Oh! Nee! Das hat immer leichten Delay bei denen! Das hat immer leichten Delay! Weil er ja später dazugekommen ist! Und somebody, der die ganze Zeit bei Taddle war, war's natürlich auch nicht! Nee! Das haben wir nicht mitbekommen! Mann, das wäre doch witzig! Also das war eigentlich voll der perfekte Kill-by-Delay! Was mir denn aufgefallen ist, dass er fehlte? Ja, aber wir sind auch 5 Stunden im Kreis in dem Schwimmbad gelaufen! Nee, ich dachte es mir schon die ganze Zeit, aber ich dachte, der wäre einfach weg! Und dann ist mir nochmal eingefallen, ach der war ja sogar Detective und dann würde der viel labern! Ich bin Detective! Beschützt mich! Ich bin Innocentaddle! Beschützt mich mit eurem Körper! Hallo! Wollen wir hier reden? Widerspielen wir! Kommt, Taddle! Dar-Dariel, komm, lass uns wieder hier leben! Ich will aber duschen! Leb in mir! Ich will mit Taddle duschen gehen! Leb in mir! Oh ja! Darf ich auf dich klettern? Oh ja! Was macht ihr da? Ich glaub ich sind beide Traitor! Gibt's auf der Map hier überhaupt Traitor fallen? Ich glaube nicht, ne? Oh man, Alter! Ich hab die Shotgun! Ich hab vorhin keine gesehen, als ich Traitor war! Du the best! Und, äh, jetzt grade... Oh ja, sowieso nicht, weil ich kein Traitor bin! Aber ich war letztens über den Traitor und da in der Dusche ist keine Falle! Oh Gott! Zumindest hab ich keine gesehen, sonst hätt ich mal wieder getötet! Oh Mann, Dardo, ich hätt dich jetzt grad so gern getötet! Hallo Dario! Hallo! Ja, ja! Hallo Manu, lass mal wieder zusammenziehen irgendwo hin! Ja, äh, ne! Du hast grade abgelehnt, du wolltest lieber ein Taddles Anus sein! Voll die Volksmanderung hier! Leute, guck mal, guck mal, guck mal! Manu, hier! Die Skomboleta! Manu, komm, du bist gar nicht untergetaucht! Das ist wichtig, wenn du die ganze Zeit schwimmst, ja! Eine schlechte, eine schlechte Bewertung! Oh! Wie könnte ich einziehen in die Männer? Wie eigenartig sich das doch anfühlt! Hey, ich will in die Frauentoilette! Okay, lass da einziehen! Oh, ja! Wer hat denn hier reingekackt? Ja, jetzt wurde ich hier! Guck mal, ich hat einer reingeschissen! Ich will die Tacke sehen! Hat einer reingekackt! Wer mir das Spiel immer indirekt sagen will, dass ich schätze bin! Hast du grade geballert? Ich hab geschossen! Oh nee, ich dachte schon nicht! Der kommt aus der Kanalisation! Lass mich mal Dardo getötet! Willst du mich töten, Dario, Hilfe? Au! 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 Hallo! Oh nee! Oh nee! Hier! Hier! So, jetzt kommt sie in den Höhe raus! Oh Gott! Hallo! Hast du so'n Rotten, Ding? Okay! Wer ballert irgendwas kaputt? Ich hab das hier reingekackt! Oh fuck! Er ist durchgebrochen! Du kommst hier nicht durch! Du kommst hier nicht mehr durch! Hallo! Hallo! Komm, wir gehen raus! Ja, man hat mir Angst! Nein, du weißt nicht! Nein, du weißt nicht! Nein, du weißt nicht! Nein, du weißt nicht! Ich werde dich töten! Ich bin draußen! Oh Gott! Au! Welche Schüsse! Wo seid ihr? Hallo, Mordado! Ohhhhh! Ich weiß jetzt nicht mehr, wer Hallo gesagt hat! Ich glaube, es war Zimbelmach! Oh ja! Wer ist tot? Ist der gerade einer runtergefallen? Ist der runtergefallen oder wurde der umgebracht? Kann einer antworten? Bin ich alleine mit dem Traitor? Äh, nein! Okay! Also ich bin auch noch da und ich suche euch und suche euch! Bist du das? Ob ich der Traitor bin? Ja, ja, klar! Was? Pardon? Ja, ich bin jeden Tag! Ja, hallo! Hallo, da bist du! Hey! Ja, ich hab ganz seit dir den Weg aus der Kanalisation gesucht, du verdammter! Ach, nein! Ich bin kein Traitor! Du bist Traitor! Ah! Ah! Zombie, die AK weg! Oh Mann! Alles zu Müll! Er hat mich einfach mit einem Schottgangschuss gekillt! Ich glaube, es war Zombie! Jeder der Hund hat mich gesehen! Hey da! Ah! Ah! Voll lieb! Oh Mann! Da kannst du eine Compilation machen! Ja, genau! Die Zombie! Die Zombie! Die Zombie! Ist Maudado noch falsch? Maudado hat, glaube ich, noch One gesagt! Ja! Ja! Hallo Maudado! Echt?! Dario, vielleicht können wir uns im nächsten Part ein Leben aufbauen! Ja, ja, komm! Töt mich halt einfach so völlig unerwartet! Heute ist echt der Tag der unerwarteten Tode! Ich hab mich bisher jedes Mal richtig erschrocken, wenn ich mich gefreut bin! Weil ich's so gar nicht erwartet hab! Ach, du hast Dario getötet? Ja! Naja! Wo und wie? In der Toilette! Wir waren die ganze Zeit schon da drin! Und dann meinte ich so, geh weg, Mann, oder ich töd dich gleich! Und dann hätt schon... Ja, und genau als er dann gesagt hat, einfach direkt reingeballert tot! Das war lustig! Ja! Ich bin bei...